Meine lieben Filmfreunde, es ist wieder so einiges in der Filmwelt los und deshalb gibt's jetzt hier die Film-News vom 26. September. Also holt euch ein Getränk, setzt euch gemütlich hin, abonniert den Bums hier und los geht's. Meine lieben Filmfreunde, ich hab da was für euch. Und zwar ein Upgrade für euer Heimkino. Und zwar mit dem Cosmos 4K SE von Nebula von Anker. Eurem neuem Heimkino mit 4K Dolby Vision powered by Google TV. Was der kann? Naja, so einiges. Unter anderem ist der Cosmos 4K SE ein Hybridbeamer aus LED und Laser, der euch Filme und Serien mit 1800 Ansilumen und 4K UHD Dolby Vision genießen lässt. Und das Beste ist, all das ist wirklich simpel zu bedienen, denn das Ganze läuft über Google TV, was integriert ist und damit funktioniert das Ganze wie ein heimischer Smart TV. Und als erster Projektor mit 4K Netflix und Dolby Vision Zertifizierung könnt ihr den nächsten großen Netflix Actioner, wie im Kino, nur eben zu Hause ohne die nervigen Mitzuschauer schauen. Oder aber ihr wollt zu Freunden und dort, wie im Kino, den nächsten großen Blockbuster streamen. Das könnt ihr. Aber ihr könnt natürlich auch eine neue Folge Serienflash oder Filmflash schauen. Ja, so sieht es dann ungefähr aus. Aber ja, ihr könnt natürlich auch damit zocken. Einfach mal wieder die Playstation anwerfen und im Großmaßstab in eine Welt eurer Wahl abtauchen. Und weil der nicht nur kompakt, sondern auch smart ist, ist die Einrichtung kinderleicht. Und zwar durch die Nebula IEA 4.0 Technologie, die die Einrichtung komplett automatisch übernimmt. Das heißt, dieses Wunderkind übernimmt die Bildausrichtung, den Fokus sowie Wandfarbenanpassung und der Keystone-Korrektur automatisch. Und klar, wir wissen es alle, ich bin kein Technikexperte, aber ich kann euch sagen, mit dem Cosmos 4K SE Filme und Serien zu Hause zu schauen, ist ein ganz anderes Großbildschirmerlebnis. Und das jederzeit und überall. Und wenn ihr euch das jetzt auch nach Hause holen wollt, dann checkt am besten mal den Link unten in der Videobeschreibung oder im ersten angehefteten Kommentar. Darüber bekommt ihr nämlich nicht nur mehr Infos zum Cosmos 4K SE von Nebula von Anchor, sondern auch noch einen Rabatt von 400 Euro. Und mit meinem Code COSMOSSF gibt es sogar nochmal 100 Euro obendrauf. Also insgesamt 500 Euro Rabatt über meinen Link mit meinem Code. Gilt allerdings nur für ganz, ganz kurze Zeit. Und damit bleibt mir nur zu sagen, checkt ihn aus und holt euch euer Upgrade fürs Heimkino. Und jetzt viel Spaß mit meinem Video, am besten im Heimkino-Format. Okay, meine lieben Filmfreunde, legen wir los und zwar in Cast & Crew. Und hier ist zu vermelden, dass Marguerite Crawley, die aktuell in dem herausragenden Film The Substance zu sehen ist, eine neue Rolle ergattert hat. Und zwar in Happy Gilmore 2. Ja, Happy Gilmore, dieser Golferfilm mit Adam Sandler, bekommt einen zweiten Teil. Davon habe ich hier bei Filmflash schon berichtet. Und ja, die Dreharbeiten, die finden seit geraumer Zeit statt. So, dass der Film 2025 bei Netflix laufen kann. Und Marguerite Crawley, die hat anscheinend eine Rolle in dem Film. Wie sie nämlich nun verriet, hat sie mit einer Lüge eine Rolle bekommen, nachdem sie ihre Agenten angeschrieben hat und meinte, egal wie klein die Rolle ist, ich will in Happy Gilmore unbedingt dabei sein. Und das hat sie anscheinend geschafft. Und zwar, weil ihr Ehemann Adam Sandler per Textnachricht angelogen hat. Als Adam Sandler fragte, ob sie denn überhaupt Golf spielen würde. Was sie natürlich nicht tat. Aber für die Rolle hat er ja gesagt. Und deshalb hat Marguerite Crawley wohl anscheinend nun ein bisschen Golfunterricht genommen. Aber sie ist immer noch nicht gut, laut eigener Aussage. Immerhin hat sie nun die Rolle, wen sie genau spielt, ist allerdings nicht klar. Aber hey, Marguerite Crawley wird gerade zum nächsten großen Star. Die hat dieses Jahr so abgefuckte Rollen gespielt. Guckt euch The Substance an, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ist ein abgefahrener Film. Auch Freddie Prinze Jr. hat eine neue Rolle ergattert, die allerdings gar nicht neu ist, sondern alt. Denn Freddie Prinze Jr. kehrt ins Ich-weiß-was-du-letzten-Sommer-getan-hast-Franchise zurück. Sony Pictures bzw. Columbia Pictures arbeiten ja gerade an einer Neuauflage, die aber anscheinend in derselben Welt spielt wie der erste Teil. Der neue Teil soll nächstes Jahr in den Kinos erscheinen und sucht aktuell noch nach einer neuen weiblichen Hauptdarstellerin, nachdem Camilla Mandis für He-Man ausgestiegen ist. Aber Freddie Prinze Jr. ist nun eingestiegen. Der wurde allerdings auch schon bei der Verkündung des neuen Films angekündigt, obwohl er nie gefragt wurde. Als Sony Pictures nämlich ankündigte, dass Ich-weiß-was-du-letzten-Sommer-getan-hast-ne-Neuauauflage erhalten soll, hat man auch gesagt, dass Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr. in ihren Rollen zurückkehren. Doch in einem späteren Interview meinte dann Freddie Prinze Jr., Nee, ich wurde nicht gefragt. Also, das kam ohne mein Wissen, diese Ankündigung. Und eigentlich bin ich nur noch an Filmen und Serien interessiert, die auch wirklich mein Interesse wecken. Und er will nicht irgendwas machen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass nach dieser Aussage Columbia Pictures hingegangen ist und gesagt hat, Was willst du haben? Hier ist Blankoscheck, schreib die Summe drauf und du bist dabei. Und jetzt ist er offiziell dabei. Das wurde verkündet. Bei Jennifer Love Hewitt ist es bisher allerdings nicht klar, ob sie wirklich wieder mit dabei ist. Sie hätte allerdings in dem Interview mal gesagt, dass sie eigentlich Bock auf so eine Legacy-Sequel hätte. Naja, also, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast über eine neue Generation, aber mit alten Haudegen bei Sony im nächsten Jahr im Kino. Durch Sony. Ihr wisst, was ich meine. Freddie Prinze Jr. Heute habe ich auch mal wieder Casting-News zum kommenden Peaky Blinders-Film für euch. Denn Tim Roth, der hat sich laut TV-Line offiziell dem kommenden Film von Tom Harper angeschlossen. Stephen Knight, der Serienschöpfer von Peaky Blinders, hat das Drehbuch geschrieben und Tom Harper inszeniert. Einen Film, der als Abschluss der Peaky Blinders-Reihe gelten soll, während man aktuell an einer Prequel-Serie und einer Spin-Off-Serie, Sequel-Serie arbeitet. Und ja, vielleicht wird der Film so gut, dass man sogar danach sagt, man macht noch mehr. Klar ist bisher, Cillian Murphy kehrt natürlich zurück. Und vor kurzem wurden mit Barry Keoghan und Rebecca Ferguson auch schon weitere neue Castings bekannt gegeben. Und nun eben auch Tim Roth, den man aus Lie to Me oder auch der letzten Serie Tin Star kennen sollte. Oder aber natürlich als Abomination aus dem Marvel Cinematic Universe. Wen die drei neuen spielen, ist allerdings aktuell nicht klar. Man geht aber davon aus, dass alle drei eher auf der anderen Seite von Thomas Shelby stehen, also gegen ihn antreten müssen. Wann der Film genau kommt, ist noch nicht klar. Auch zum kommenden Neustart des DC Universe gibt es Casting-News. Denn wie alle großen Seiten aus den USA über Einstimmen berichten, wurde Matthias Schönerz als Gegenspieler für Supergirl gecastet. Im Sommer 2026, ein Jahr nach Superman von James Gunn, soll Supergirl Woman of Tomorrow in den Kinos starten. Und darin werden wir dann Millie Alcock als Supergirl erleben, nachdem sie sehr wahrscheinlich ohne Bestätigung auch in Superman im kommenden Jahr zu sehen sein wird. Sie wird Supergirl spielen und laut den Berichten auf Matthias Schönerz treffen, der wohl den Schurken spielt. Wen er offiziell spielt, das ist nicht bestätigt. Wenn man sich aber die Comicvorlage des Filmes anschaut, dann könnte er zu Krem werden. Einem Mann, der den Vater eines Mädchens umbringt, was wiederum dann Hilfe bei Supergirl sucht, die eigentlich keinen Bock drauf hat, aber nachdem sie von Krem selbst angegriffen wird, sich gegen ihn stellt und er dann immer mehr zu einer galaktischen Bedrohung wird. So zumindest in den Comics. Was Greg Gillespie, der Regisseur, daraus macht, das wissen wir natürlich nicht. Aber können wir uns dann anschauen. Matthias Schönerz war unter anderem zuletzt in The Old Guard zu sehen oder aber auch in Django der Sky-Serie. Und ja, wird jetzt als nächstes dann wohl im DC-Universe auftauchen. Eventuell aber mit einem One-Hit-Wonder, denn vielleicht stirbt er danach und ist dann wieder weg. Im Film spielt übrigens eigentlich auch der Hund von Superman-Krypto eine Rolle. Vielleicht taucht er auf, vielleicht aber auch nicht. Sag mal, wisst ihr, wer Dana Owens ist? Ja, nein, vielleicht muss man mal fragen. Bald werdet ihr es auf jeden Fall wissen, denn Dana Owens bekommt ihr eigenes Biopic. Und zwar durch Flavor, Unit Entertainment und Westbrook Studios. Letztere gehören natürlich Will Smith. Und beide Studios haben vor einiger Zeit angekündigt, dass sie vorhaben, eine Reihe von Biopics über Hip-Hop-Legenden zu machen. Und den Anfang macht anscheinend der Film über Dana Owens. Wisst ihr immer noch nicht, wer es ist? Es ist sie hier. Queen Latifah. Ja, die Ecolizer. Sie wird ein eigenes Biopic erhalten über ihr Leben, woran sie selbst auch beteiligt sein wird. Allerdings ist bisher nicht klar, wer denn Queen Latifah in jungen Jahren spielt. Ob der Film ins Kino kommt oder direkt für den Streaming-Entbieter umgesetzt wird, das ist ebenfalls noch nicht klar. Erinnert ihr euch noch an Die Passion Christi? Der Film war damals ein Mega-Hit für Mel Gibson. Denn bei einem Produktionsbudget von 30 bis 33 Millionen hat der Film satte 611 Millionen wieder eingespielt. Weshalb damals recht schnell darüber spekuliert wurde, ob denn Mel Gibson eine Fortsetzung macht. Über natürlich die Resurrection. Aber irgendwie kam es seit dem Start des Filmes nicht dazu. Bis jetzt. Denn anscheinend befindet sich Mel Gibson aktuell auf Setscouting. Er wurde nämlich in Malta als auch in Süditalien gesehen, wie er mit seinem Produktionsteam mögliche Sets, mögliche Locations besichtigte. Allerdings hat er nun in einem Interview verraten, dass noch nicht klar sei, wann denn der Film nun gedreht wird. Und ob er als nächstes diesen zweiten Passion Christi-Film macht oder aber, ob er als nächstes Little Weapon macht. Was hättet ihr lieber? Passion Christi 2 oder lieber, lieber Little Weapon 5? Da unten reinschreiben. Erinnert ihr euch noch daran, dass ein neuer Hellboy-Film kommt? Hellboy the Crooked Man? Mit einem neuen Hellboy-Darsteller, wozu der Trailer ziemlich, sagen wir, trashig aussah? Aber, ja, jener Film soll in den USA nun nicht mehr in den Kinos starten, sondern direkt per VOD angeboten werden. Und zwar für 20 US-Dollar. Während der Film allerdings in Großbritannien noch am 27. September, also diesen Freitagmorgen, in den Kinos startet. Und das, nachdem der Film, und das war mir nicht bewusst, bereits in einigen Ländern gestartet ist. Zum Beispiel in Belgien im Juni oder in der Türkei ist er zuletzt auch schon gestartet. Hier in Deutschland wissen wir noch nicht, was damit ist. Wir wissen weder, ob er ins Kino kommt, noch ob er via Streaming angeboten wird. Aber nachdem, wie es bisher ablief, würde ich behaupten, der Film wird wahrscheinlich durch irgendeinen Verleih still und heimlich hier in Deutschland irgendwann via digital angeboten. Sobald ich da mehr weiß, sage ich euch Bescheid. Aber durch die Streichung des US-Kinostarttermins gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und damit lasst uns über ein paar Trailer und Starttermine sprechen. Gestern erschien nämlich unter anderem der OV-Trailer zu Canary Black. Ein neuer Actioner mit Kate Beckinsale, in dem sie eine anscheinend CIA-Agentin spielt, die sich gegen ihren Arbeitgeber stellen muss, weil Terroristen ihren Mann gefangen genommen haben. Interessant ist hier, dass der Film in den USA für den 24. Oktober angekündigt wurde. Gestern die Pressestelle von Amazon Prime Video Deutschland aber eine Startliste rumschickte für den Oktober, wo der Film nicht erwähnt wird. Wobei wiederum auf der offiziellen Presseseite von Amazon International der Film für den 24. Oktober weltweit angekündigt ist, wodurch ich euch nicht sagen kann, ob der Film nun wirklich am 24. Oktober erscheint. Allerdings habe ich euch trotzdem unten in der Videobeschreibung den Trailer verlinkt. Also vielleicht kommt der am 24. Oktober, vielleicht auch nicht. Amazon hat aber auch noch einen anderen Trailer rausgehauen und zwar zu einem neuen Kinofilm, nämlich dem Kinofilm Red One. Das ist ein Film, der am 7. November in den deutschen Kinos startet und uns Dwayne Johnson, J.K. Simmons und unter anderem Chris Evans vor die Kamera bringt. J.K. Simmons spielt im neuen Film Red One den Weihnachtsmann und Dwayne Johnson seinen Secret Service Chef, könnte man sagen. Und als dann der Weihnachtsmann plötzlich entführt wird, muss der versuchen, den Weihnachtsmann wiederzufinden und holt sich Hilfe bei einem Kopfgeldjäger, gespielt von Chris Evans. Der neue Trailer macht uns klar, der Film ist voller CGI, aber auch voller Action, typisch Dwayne Johnson halt. Und ja, jener Film kommt erst zu uns ins Kino, bevor er irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich bei Prime Video läuft. Ob jener Film im Kino funktionieren wird, da bin ich aber auf jeden Fall mal gespannt drauf, denn irgendwie sieht der Trailer nach so einem typischen No-Brainer von Netflix eigentlich aus. Aber ja, Amazon sagt, der muss ins Kino, der wird da funktionieren und ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr vom Trailer haltet. Link unten in der Videobeschreibung zum Trailer, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr aber auch noch einen anderen Trailer verlinkt, und zwar den neuen finalen Trailer zu Gladiator 2. Der startet ja demnächst im Kino und erzählt uns von dem kleinen Jungen aus Teil 1, der mittlerweile erwachsen ist, der als Gladiator tätig ist, und zwar unter den Fittichen von Denzel Washington, der anscheinend im alten Rom ganz hoch hinauf möchte. Und ja, eventuell ist die Reise mit Gladiator 2 noch nicht vorbei, denn Ridley Scott hat in einem Interview nun verraten, dass er sich bereits Gedanken über Teil 3 macht. Und jetzt Achtung, es kommt eventuell zu einem Spoiler zu Teil 2, denn er hat in dem Interview so ein wenig einblicken lassen, wie Teil 2 endet, und damit im Grunde gespoilert, auch wenn wir noch nicht hundertprozentig wissen, um wen es sich denn handelt. Denn ich glaube, es ist entweder Paul Miskay oder Petro Paskay. Aber Achtung, ihr könnt auch weiter skippen, wenn ihr Folgendes nicht wissen wollt. Er hat gesagt, ich spiele bereits mit dem Gedanken, Gladiator 3 zu drehen. Nein, im Ernst, ich habe die Lunte angezündet. Das Ende von Gladiator 2 erinnert an der Pate. Michael Corleone findet sich in einem Job wieder, den er nicht wollte und fragt sich, was soll ich jetzt tun, Vater? Der nächste Film wird also von einem Mann handeln, der nicht dort sein will, wo er ist. Und weiter machen wir mit dem Trailer zu Heretic, einem neuen Horror-Thriller aus dem Hause A24, der uns am 26. Dezember in den deutschen Kinos erwarten wird. Und zwar unter anderem mit Hugh Grant in der Hauptrolle. Der spielt nämlich einen Mann, an dessen Tür geklopft wird und vor ihm zwei Missionare stehen, die dann anscheinend den Schrecken ihres Lebens erleben. Ja, denn Hugh Grant ist hier anscheinend der Böse. Und ganz ehrlich, alleine diese Synopsis mit Hugh Grant, die liebe ich schon, weil dieser Mann seit ein paar Jahren endlich mal andere Rollen spielen darf und dabei immer wieder entzückt. Heretic stammt von Scott Beck und Brian Woods, die zuletzt 65 und auch Halloween Hand gemacht haben und ursprünglich den ersten A Quiet Place schrieben. Heretic ab dem 26. Dezember, Trailer unten in der Videobeschreibung. Und damit wechseln wir ins neue Jahr zum 9. Januar 2025, denn an jenem Tag starten zwei Filme, wozu nun Trailer veröffentlicht wurden. Der erste Film ist We Live in Time, der jetzt schon in den USA startet und in Deutschland eben erst am 9. Januar durch Studio-Kanal veröffentlicht wird. Aber dennoch interessant bleibt, denn der Film bringt uns Florence Pugh und Andrew Garfield vor die Kamera als Pärchen, die versuchen, irgendwie ihr Leben zu planen und das mit sehr, sehr viel Freude und Liebe, bis es dann plötzlich eine schreckliche Nachricht gibt. Der Film hat nun endlich einen deutschen Trailer erhalten, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und der andere Trailer ist zu Criminal Squad 2. Erinnert ihr euch noch an den ersten Teil aus 2018 mit Gerard Butler als korrupter Cop, der Jagd auf eine Liebesbande macht, unter anderem mit O.J. Jackson Jr. Ja, die beiden sind zurück. Und zwar in, ja, richtig, Criminal Squad 2, der am 9. Januar 2025 in den Kinos starten soll. Der Film erzählt uns davon, dass O.J. Jacksons Juniors Charakter mittlerweile in Europa ist, um für eine Mafia einen Coup durchzuziehen und dann plötzlich eben Gerard Butler auftaucht und ein Stück vom Kuchen abhaben will als korrupter Cop. Ja, der erste Film war speziell, war recht brutal, war aber auch wirklich mal was anderes von Gerard Butler, fand ich, obwohl es in seinem typischen Genre war. Und deshalb bin ich definitiv gespannt auf den zweiten Trailer, wie immer in der Videobeschreibung. Aber nochmal zurück zu Studio-Kanal. Die haben gerade via Pressemail bekannt gegeben, dass im Laufe des Tages der erste Teaser-Trailer zu Maria erscheinen soll, dem neuen Biopic über Maria Callas, die als größte Opernsängerin ihrer Zeit angesehen wird. Maria selbst wird von Angelina Jolie in dem Film gespielt und es geht wohl darum, dass sie in den letzten Tagen vor ihrem Tod in Paris nochmal über ihr Leben nachdenkt und wir dann eben immer wieder Rückblenden dazu erhalten. So klingt es zumindest in der Beschreibung. Der Film startet am 6. Februar 2025 in den deutschen Kinos und soll dann später über das Label Arthouse auch, ja, ins Home-Entertainment wandern. Aber erstmal Kino, 6. Februar 2025. Wenn der Teaser jetzt schon raus ist, dann verlinke ich ihn euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Und damit wandern wir noch einen Monat weiter und zwar zum 6. März 2025, denn an jenem Tag soll durch Warner Brothers Pictures Sinners in den deutschen Kinos starten. Und das ist der offizielle Titel zur neuen Zusammenarbeit zwischen Ryan Coogler und Michael B. Jordan, die gemeinsam schon Black Panther, aber auch Creed gemacht haben. Und nun ist Sinners dran, ein Film, der erst vor einiger Zeit in den Dreh ging und für viele wie so ein Blade lang. Denn es geht im Film Sinners darum, dass Michael B. Jordan Zwillinge spielt, die anscheinend in den 30er Jahren in ihre Heimat zurückkehren und dort etwas Übles erleben. Und das Üble sind Vampire. Und dazu hat man uns nun den ersten Trailer veröffentlicht, der uns klar macht, anscheinend sind die Vampire in der Überzahl und versuchen eine Scheune auseinanderzunehmen. Auffällig ist nur, wir sehen nur einmal Michael B. Jordan. Also im Trailer sehen wir ihn zweimal, als beide Versionen, aber in dieser Szene sehen wir ihn nur einmal, was das wohl bedeutet. Sinners ist auf jeden Fall ein Horrorfilm, so heißt es. Und ich muss wirklich sagen, der Trailer sieht auch wirklich ein bisschen gruselig aus. Ich bin gespannt, wie brutal dieser Film letztendlich wird. Aber hey, es ist auf jeden Fall ein Fingerzeig auf Marvel, dass Ryan Coogler und Michael B. Jordan als Marvel-Leute für Warner es schneller hängen kriegen, einen Vampirfilm umzusetzen als Marvel. Ich meine, ganz ehrlich, man könnte wahrscheinlich auch aus der Story eine Blade-Story machen, wie er in den 30er Jahren eben anfängt, Vampire zu jagen und das dann noch in zu hoher Alter tut, oder? Trailer sieht auf jeden Fall geil aus, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit sind wir jetzt auf jeden Fall durch. Das waren die Film-News vom 26. September. Denkt dran, mal den Cosmos 4K SE auszuchecken. Wir sehen uns die Tage wieder morgen mit meiner Kritik zu Wolves. Wenn ihr Bock habt, cheerio. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.